. . . . . . Nein! Ha! Was ist dagegen, wenn ich uns einen Pilz beschaffe? Es kommt gleich wieder. Ne? Und ja. Was sollst du das denn? Ja, ich hab dir gezeigt, dass ich... Scheiße. ...dass ich auch ohne Pilze sie machen würde. Ah! Warte. Warte mal kurz. Mann! Wollte ich grad stampfen. Stampen? Stampen willst du damit? Stampfen! Du hast was an den Ohren und zwar ein Headset. Ich weiß. Komm, spring! Ja, brav! Scheiße! Äh... Widerspringen? Du hast ja einer, weil du das noch gar nicht gemacht hast. Nein, schaffst du nicht. Ja, hab ich auch wieder zurück. Guck mal, Luigi! Ja, ein Pinguin könnte man durch... Nein! Boah, ich mich doch gar nicht! Danke! 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 Ich weiß schon, wenn du dich verwegst. Wo? Da wäre ich jetzt was gerannt? Jetzt! Ich bin geduckt aus Versehen, weil meine Finger so scheiße sind! Ja, ich weiß, ich weiß... Mist! Jetzt! Endlich! Oh... Wie er immer im Cityschirm schwebt. Was? 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 Ach! Immer noch die gleichen Emotionen! Ja! Wir sind so behindert, ey! Was? Ich? Na wir! Jetzt hier wieder unsere Lateinlehrerin! Hä? Wir sind gerade übersprungen! Mit eins vielleicht oder mit zwei? Können Sie mit spielen? Hä? Mit spielen willst du? Ja! Okay! Oh! Hoi! Schert uns ein abbeschert! Alter du scheiß Bowser! Mach mal richtig hier! Bowser! Oh ja! Treff mal! Alter! Mach mal dein eigenes Haus endlich kaputt! Scheiße! Wir haben genau falsch geschrieben! Der ist ja voll einfach! Gibt's ein Leben! Nichts! 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 Wasser! Treffer wir mal! Noch ein bisschen! Nein! Wir kriegen beide Propeller-Pilze, Lärd! Komm schon! Ja, du kriegst keinen Propeller-Pilz. Egal, mach einfach. I trust you, you are an engineer. Okay, sie geht auch. Man! Wenn man so kleine Fehler macht! Manio-Katz! Darfst du das halb einschauen? Eine halbe Stunde? Ja. Also, 25 Jahre? Ah, ich glaub' nicht. Ah, denn, der Level ist eigentlich richtig einfach. Du hast mir wieder geklaut! Du nimmst immer das ab, das so und wenn du brauchst das nicht, ich brauch das! Ne, ich brauch das! Du bist so schlecht für den ganzen Level allgemein! Nein, guck, guck! Das krieg' ich jetzt mit dabei hin, nach der richtige Alter! Ja, aber ich bin der Bessere-F nutrient., Ja, aber hinten kriegen wir sowas! Aber nicht so viel! Krieg' ihm zweimal! Dezugel premier. Hähäähähähähähähähähähähähähähähäh día etseängerede Boah, ich hasse den Kampf hier, ne? Kann ich ja nicht irgendwie skippen, ne? Führt der rote Schalter der automatischen Chatbot sein? Fick dich! Geht er so ganz nah ran von der Unfälle? Alter, wir müssen das jetzt richtig mal hinkriegen! Im Multiplayer gibt's keinen Typen, der dir hilft. Aber weißt du gibt's das? Ja, hier gibt's keinen, der einem hilft. Ja. Alle sind zu schlecht. Ne, wir sind eigentlich zu schlecht. Weißt du, Klaus, der ist wieder ab. Hätte ich gerade erwischen können. Häh, Lennart! Wo machen wir den Kopf herauf, ey? Ich will das was für was! Scheiße. Hör's an! Boah, Alter. Ich dachte grad hier irgendwas gemacht hast und die klatschen. Hör's mal auf! Du hast kein Leben mehr! Schon wieder! Ach, das ist echt das. Was ist das eigentlich für ein scheiß Gloob, Alter. Hör's mal auf! 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 Ich hab's doch eben irgendwie geskippt. Ich helf dir. Oh komm jetzt nicht skippen. Ich hab's doch eben irgendwie geskippt. Nein, die sieht aus wie der Zombie. Die Lehrerin, der Zombie. Also der Vogel. Stimmt. Die wird auch sowas tragen. Du musst mal hier Mario implementiert werden. Wecken unsere alte Religionslehrer. Und war übergut. War übergut. War übergut. War übergut. War übergut. War übergut. Ja. Sie hat gesagt, dass er spielt. Das stimmt. Wie wird es als wir. Ja, Pause, mach mal was. Geweiter. Ja, bravo Flamme, mach mal irgendwas kaputt hier. Geil. Ja. Auch da eigentlich ist der voll dumm. Aber man, warum schießt der so Feuer? Ich meine, damit macht das das immer alles leichter. Ja. Und ich frage mich auch, warum Pause hinter sich einen Schalter hat, womit man ihn tötet. Das war doch wohl geendet. Also eben bei dem Kampf. Ich meine, wer hat hinter sich einen Schalter hier? Oh nein ein ein bisschen solch freien Paul da zu prolisch, wenn ihr quasi.. Ich veide, bitte. Oh, was? Geist aha. Okay. Nichts ist unmöglich, Hornbach. Toyota. Kennst du den Baumarkt? Was? Verrückten Baumarkt. Das ist ja verrückte Werbung. Was ist die russische Werbung? Verrückte Werbung. Russische. Verrückte. Also verrückte. Das ist doch das gleiche. Ich würde das vielleicht schaffen. Zumindest die Stelle hätte ich geschafft. Ja, natürlich. Aber wenn du mich dann verlaberst, Mann. Ja. Das ist ein Video, da muss man reden. Ja, aber du laberst mich mit Scheiße voll. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Du hast nur gesagt, kennst du so irgendeine Werbung? Was fühlst du, Julian? Ich fühle, dass ich das nicht schaffen will. Was? Ich frage dir, ich frage dir, ich frage dir, ich brauche dich zuerst. Nein, ich übersteuere mich. Bestimmt. Wo bin ich denn? Du bist gerade mit Schkruck. Auch. Du bist doch nicht getötet. Du bist doch nicht getötet. Nein, ich steine nicht getötet sind. Du hast gesagt, dass du mich gut bist. wo ist es nicht getötet das ist das ist ein bisschen zufrieden nun wie es gibt ich will sich viel Spaß wenn der schneiden Prost. Luigi, warum helfst du mir nicht beim Stein? Fick mich. Nein. Aber es ist ja gut, dass du den Feuerwehr weggemacht hast. Ja, aber extra. Guck, ich helfe dir. Guck mal, wie viele Münzen wir einfach nur haben. Wo soll jetzt irgendwie alles haste in der Zeit drücken oder wie kann man es skippen? Gar nicht verschaut, ne? Man! Delililililililililil! Boah, ich will das nicht schaffen. Komm, jetzt kriegst du auch diese Flugläuse, als ich dabei bin. was kriegst du Flugläuse Flugläuse ja damit man fliegen kann Scheiße krieg ich gleich keine Propeller du kannst noch mal war die zweite Nacht war das nicht so schwer Flugläuse 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 Leben 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 hoch Uliad Eich Warum hast Du mal eine Blase gemacht? Du willst einfach nur spricken müssen Sagt der, der dafür gesorgt hat, dass wir nur zwei Propeller hatten das ist nur ein was? Propeller. Hä? Du hast mich ins Feuer geschubst! Ich bin nicht der, der dafür sorgt, dass wir neue Propeller haben. Echt? Ja. Warum hast du das immer? Das macht mich so aggressiv. Julian, das werde ich dir so heimzahlen. Ach komm, Projektübergreifend ist das unfair. Ne, ist nicht unfair. Doch, wir haben gesagt, nichts prägt übergreifend. Ja, aber das ist unfair, du kannst das Spiel viel besser als ich. Ja eben, dann lass mich doch auch die Gullis kriegen. Scheiße. Ich bin einfach nicht der Typ von Mario zu spielen. Ich will das wie denn kriegen, dass ich auf die Rennen, scheiße. Okay, der 5-Pil ist dann. Das schaffen wir jetzt. Ich verstehe das auch in der Zusammenarbeit wahrscheinlich nicht. Ich will die Zuschauer leiden sehen. Frag ich hier doch jetzt. Ahhhh, nicht in meinen Hinterbäuschen. Du schaffst das eh gut dann nicht. Oh, jetzt kommt wieder schwerer, bla 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 bla. Oh, wieder 5.000 Jahre lang. Ach, du bist schon tot. Oh, ja, dann wieder Null. Okay. Alter, weißt du wie ehrlich das wird, wenn wir gleich aus Versehen Magenora gehen? Gehen wir nicht. Oh, wenn, dann müssen wir das ganze Level noch was spielen. Komm, Alter. Ja. Da ist, das wollte ich schon. Genau so wollte ich es haben. Reißen ist fertig. Jetzt konzentriere dich. Okay. Okay. Nein, nicht unten. Nein. Nein, ich krieg die große Münze nicht. Da muss ich aus Wunderscheiße. Schon nach da oben. Ja, nice. Bleib. Vielleicht kann ich trotzdem. Komm runter mit mir. Oh nein. Nein. Wenn du da bist, schaffe ich das nicht. Okay. Boah, das ist so unfair. Nichts an diesem Level ist eigentlich schwer, nur alles zusammen ist halt viel. Oh nein. 発ot ist viel vorbei gewesen. Oh nein. Und jetzt Cassius einen QuadratTC hat. Aber� aus Bordkreuz vergessen, wie gesagt hat ankle- war darf man jetzt gleich an den 10. ched nikoneln. Und jetzt ja mal coordinated mal sozusagen. Wir haben jetzt also eine kleine Funktiontuung. Und jetzt ist das mit dem Ziel. Auch was ist das komplett cool. cam bist du dastar Information는데요. Das hier ist aber sehr cool, was du taxi- versuche ich bin ich bis zum pfeiler gekommen beim zweiten versuch bin ich bis zum pfeiler gekommen das schützt als ein haben wir es jetzt geschafft ja so geschafft beim zweiten versuch bis ich bis zum pfeiler gekommen ein zweiter ist der zweite versuchte kopfhochwerbe nur drei parts die lass ich so glaube ich die die asynchron die kann fliegen abtach die würde ich vielleicht sogar durch die gitterstäbe durch passen das stimmt eigentlich was soll sie machen? Mario hat sie ja nicht gerecht sie kann fliegen ne die kann nur ein bisschen stehen ist das nicht schön wir haben es durchgespielt ho nach dem tower mit einem herrn saab ha ok zu Intro aufaco sind gar keine sansacke dran das heißt der kann gar nicht nach unten weil da keine Gewichte sind. Stimmt. Oh Mario! Hab ich dir niemals von der geheimen Welt erzählt? Boah, mehr sagt die nicht? Ist ja nice. Und Mario grätzt dich nur am Kopf. Jaaaa! Produkts! Mensch ähm! Ich muss sagen, jetzt hier zu dem Display. Also wir haben natürlich ziemlich genug, aber es liegt krassig. Also ich glaube, wenn ich das Spiel alleine gemacht hätte, hätte ich alles gefunden, wäre... Nach 30 Grad fertig gewesen. Alleine die dann hätte ich das Spiel besser durchgespielt, aber es hat natürlich mehr Spaß gemacht. Und ich würde sagen, das letzte Film war cool. Wir haben uns jetzt halt vor ein paar Stunden durchspielen. Haben wir halt auch nicht alles gesehen. Wenn wir alles sehen wollen, müsst ihr halt bei anderen Leuten schauen. Jaaaa! Wir haben halt nur so eine Art Anzock gemacht, halt zu Ende gespielt, aber nicht alles gezeigt. Und jaaa, mittelräum, was hast du zu sagen? Jaja, war ganz gut. Ich bin froh, dass wir durch sind. Ich habe Angst. Ich bin froh, dass es ihr seid. Ich weiß nicht was ich gesagt hast. Jaaaa, genau mal durchgespielt. Was weiß ich nicht. Ich weiß nicht was ich gesagt hab. Du weißt, ist jetzt 18.15. Ich weiß nicht, jetzt nischt ich mal so. 100 Münzen kriegen Zusammen Zusammen oder so? Es werden Einzelgerätes werden Das sind 83, Mann. Komm, mach 15 Münzen. 290 Münzen. Ne, das schaffe ich nicht, ne? 490 Münzen. 97 Münzen. 98 Münzen. Ja, 100 Münzen. 490 Münzen. Wuh, ich bin der Beste. Boah, waren die beiden schlecht. Die ist noch weiter. Ich bin der Beste im Bett. Aha, der stirbt. Ne, der stirbt nicht, der ist nur. Komm mit. Riesenbauser. Warte. Und die ganze Gruber gibt's, die wir fast alle gar nicht gesehen haben. Oh, Welt 9. Nein. Wir waren noch nie auf der Karte, aber egal. Okay, Leute. Warte, warte, warte. Können wir irgendeinen... Okay, gut. Das war's von diesem Let's Play. Wenn euch das ganze Let's Play und auch die Folge feiert, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Dann machen wir wieder das Let's Play. Nee. Nicht. Und ansonsten gibt auch einen negativen Sektor, warum wir mit ihr das auch verbessern können. Und ich würde sagen... Tschüss. Tschüss.